wie gesagt geradeaus und dann der hang nuff verdammt das wäre gut gewesen Achtung war ein stützloser Mensch ja gewaltig also ich kann es auf die fehlende wahre stütze schieben kann man fahren ja da hält man da ist so eine kleine treppe dabei ja aber du kannst auch genau so wie du jetzt bist momentan ah da ist jemand abgekürzt wo 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 hier war der drop wo 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 oh da schien sie drauf das war etwas rutsig als erwartet leichte kontakt am felsen aber auch zu millimetern ja ich habe eben felsen kontakt links und rechts aber da unten kommt nochmal richtig hässliche stelle da wird auch die pedale eng naja fahrt einfach irgendwo lang sucht euch euren weg ich hab meinen nicht drauf droppin in ey das ist ein geiles gap guck mal da unten ist so eine landung schweiß der auslauf ist ein bisschen schweiß ja 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 dort abgekürzt nein bloß kein fuß runter scheißbaum das ist eine sauschöne felsformation ja da kommt nochmal schön der drop wenn du geradeaus fährst du kannst schon hier drüben vorbei hier in der wurzel das geht das ist abrollbar ja das ist ok der herr macht Fotos da oben alter drei motoren gewesen drei motoren gewesen drei motoren die scheiß kant ich glaube da gehts aber nicht lang ne aber das ist der auslaufspunkt aber auch geil das ist ein schöner auslaufspunkt das gehen wir vor also hier kannst du acht troppen aber lang abgezogen naja sag ja da geh ich aber einiges noch ja also rampage ist ein scheißdreck dagegen glaube ich alter das verschält dich so da unten ja genau die hier ja ja nochmal hässlich ja 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 naja sagst du den Weg gel stell dich doch nicht in den Weg ho 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 die Stelle ho ja entweder links am Bahnverwalder rechts das ist ein schöner rastplatz ne sicher wie das gestern war die videos sind stelleweils ein jahr alt wo er porsche tut zwischendrin ja und da gehts rechts in die prävelate kammer rein das ist aber nur so ein kleines hölscher sollte vielleicht die pedale hoch machen ja im feuchte 360 grad kann ich noch nicht ja ich glaub da ist jemand ein bisschen falsch gefahren kann das sein muss endlich mal wieder mehr hinderradversätze machen ja können wir ja mal an so einen dach übungen machen gehen ich mach den scheiß reifen nicht den reifen? der rutscht nicht reifen der rutscht nicht reifen verdammt die brille ist natürlich schon richtig an gelaufen beinahe der lenker ja ja das war in dem moment so oh scheiße viel schwung nach vorne heute fahren wir wieder ein scheißsamme ich glaube da vorne ist sogar neu oder da neu